Wir haben letzte Woche den Euro-US-Dollar-Chart zusammen analysiert und geschaut, in welche Richtung das Ganze ausbrechen könnte. Und ihr seht schon im Hintergrund, es geht gerade Richtung Short. Haben wir den Widerstand da jetzt schon erreicht, dass das Ganze jetzt umdreht und Richtung Long geht? Oder wird es noch weiter fallen? Das gucken wir uns heute an. Hallo Leute und willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns nochmal den Euro-US-Dollar-Chart an, weil ihr seht schon im Hintergrund, wir sind gerade in einer Support-Zone gelandet. Und wir müssen das Ganze jetzt natürlich nochmal zusammen besprechen, wohin die Reise nächste Woche gehen kann. Vielleicht noch einmal kurz zusammengefasst, wir hatten uns hier im Weekly-Chart eine Up-Trend-Linie eingezeichnet, die jetzt auf jeden Fall schon mal Richtung Short gebrochen wurde. Das Ganze hatten wir dann nochmal von oben eingezeichnet, hier links oben seht ihr das Ganze, mit einer Down-Trend-Linie nach unten. Das heißt, wir hatten hier so ein kleines Dreieck, was sich hier gebildet hat und wir sind natürlich hier auch noch weiterhin jetzt auf der Suche nach unseren Zonen, wo das Ganze hier wieder umdrehen könnte oder wo es weiter Richtung Short geht. Momentan, wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Weekly-Chart angucken, wir hatten uns hier oben diese beiden roten Linien markiert. Das waren unsere Widerstandszonen, wo wir gesagt haben, die Widerstandsbereiche, wenn wir diese Zone durchbrechen, dann können wir von dort aus Richtung Short gucken. Und hier unten auch, wenn wir diese Linie hier brechen, können wir dann wieder Richtung Short schauen. Und wir können hier jetzt gerade mal gucken, alles klar, wir haben hier drunter geschlossen. Wir haben die Up-Trend-Linie jetzt auch hier nach unten hin durchbrochen. Das heißt, erstmal aus der Weekly-Perspektive würde ich jetzt sagen, das Ganze hier geht jetzt erstmal Richtung Short und wir könnten hier vielleicht unten die nächste Zone hier unten in diesem Bereich hier jetzt erreichen. Was wir aber nicht unterschätzen dürfen, ist, wenn wir hier nach links schauen, haben wir hier nämlich auch noch ein Widerstandslevel. Dieses Widerstandslevel haben wir jetzt gerade komplett hier erreicht. Das heißt, es kann gut passieren, dass dieses hier jetzt komplett als Support gelten kann. Machen wir uns oben den Widerstand einmal kurz weg, dass das Ganze jetzt ja als Support dienen könnte. Diese Up-Trend-Linie hier lösche ich jetzt auch erstmal, weil sie ja komplett durchbrochen wurde. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, okay, wie können wir uns denn vielleicht noch eine Hilfslinie einzeichnen, sag ich mal. Und da sehen wir hier ganz klar, dass das Ganze hier in einem Up-Trend ist von dort nach dort und hier unten auch von dort nach dort. Das heißt, wir könnten hier theoretisch auch in so einem kleinen Parallel-Channel Richtung Long unterwegs sein momentan. Und dass das Ganze jetzt hier am unteren Ende angekommen ist und von dort aus wieder Richtung Long gehen könnte. Das ist tatsächlich so. Es könnte jetzt da Support finden und von dort aus wieder Richtung Long gehen. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier, diese Zone hier auch weiter nach links ziehen, können wir natürlich auch machen. Das heißt, wir könnten hier den Widerstandsbereich auch mitnehmen. Ist dieser, ja, dieser Widerstandsbereich hier, dieser Supportbereich schon ganz schön aussagekräftig. Das heißt, von dort aus kann das Ganze auch immer noch wieder Richtung Long gehen. Natürlich müssen wir jetzt gleich nochmal den kleineren Timeframe angucken, aber erstmal jetzt im Weekly Timeframe hier würde ich tatsächlich sagen, nur weil diese Overall-Up-Trendlinie durchbrochen ist Richtung Short, heißt es jetzt noch nicht, dass wir hier komplett jetzt Richtung Short unterwegs sind, weil wir haben jetzt einfach noch viel zu viele Widerstände, die hier einfach im Weg sind. Ja, wir haben jetzt in dieser Zone hier geclosed und wir haben hier auch ein neues Low dazu gebildet. Aber generell muss die Struktur erstmal gebrochen werden. Die Struktur bricht halt erst, wenn wir hier unten ein signifikantes Low wirklich durchbrochen haben. Das heißt, von jetzt gehen wir hier mal aus dem Weekly Chart, gehen wir jetzt mal in den Tagesschart. Im Tagesschart erkennen wir hier ganz klar, dass momentan die Candles immer kleiner und kleiner werden. Ihr seht schon, der Freitag hat hier mit einer Doji-Candle komplett geschlossen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir von dort aus jetzt, wie schon gerade eben angesprochen, eine Korrektur Richtung Long hier haben werden. Wie lang könnte diese Korrektur sein oder wird diese Korrektur sogar noch weiter Richtung Long sein? Das weiß man jetzt natürlich nicht. Wir können uns natürlich nur jetzt darauf verlassen, wie der Chart darauf auf diese Zone hier unten reagieren wird. Und wir müssen natürlich gucken, wo dann der nächste Bereich wäre, wo wir hier einen neuen Widerstand erreichen würden. Und das wäre ja tatsächlich hier in diesem Bereich. Wenn wir hier nach links gucken, da ist der Chart hier schon mal stehen geblieben. Das heißt, da wäre unser nächster Widerstandsbereich. Das heißt, es kann gut sein, dass hier der Chart jetzt von hier unten erstmal wieder Richtung 9600 hier Richtung Long das Ganze hier gehen könnte. Was dann von dort aus passiert, kann natürlich jetzt keiner so genau sagen. Es könnte sein, dass wir nochmal eine Korrektur nach unten kriegen und dann vielleicht ein kleines W Richtung Long. Das könnte passieren. Was ich hier jetzt aber auch erkennen kann, ist ein M-Pattern. Das erkennt man jetzt nicht sofort, aber wenn ich euch das jetzt hier einzeichne, dann erkennt ihr es vermutlich auch. Und zwar geht das Ganze von hier unten einmal nach oben, dann komplett hier wieder nach unten und wieder nach oben und jetzt nach unten. Das heißt, das wäre quasi dieses M-Pattern und das wäre der Retest für dieses M-Pattern, was bedeuten würde, dass das Ganze danach hier deutlich nach unten geht und dass wir hier unten diese Lows antesten. Natürlich müssen wir uns dazu gleich den DXY nochmal angucken, wie es da denn momentan aussieht. Aber generell erkenne ich jetzt erstmal von dem jetzigen Standpunkt, wo wir hier unten sind jetzt gerade, geht es jetzt erstmal wieder Richtung Long. Würde ich jetzt generell für die nächste Woche erstmal so anpeilen. Muss natürlich nicht stimmen. Wir müssen darauf achten, wie sich die Preis-Action hier verhält, weil Trading ist nun mal so, dass wir hier keine Glaskugel haben. Wir können natürlich nur darauf schauen, wie sich der Markt verhält und ob da jetzt wirklich wieder Druck Richtung Long unterwegs ist. Das heißt, wenn wir uns dazu jetzt den Weekly Chart einmal anschauen hier und hier einmal rauszoomen, dann erkennen wir, okay, wir haben jetzt definitiv diese Downtrend-Linie hier, egal wie wir sie uns einzeichnen, definitiv durchbrochen Richtung Long. Das ist natürlich jetzt im Weekly Chart, was aber wichtig zu wissen ist, dass wir hier noch kein neues Hoch gebildet haben. Wir haben zwar hier unten schon mal dieses Hoch jetzt gebrochen Richtung Long, das stimmt, aber hier oben dieses signifikante Hoch hier muss auf jeden Fall durchbrochen werden. Und wenn wir das Ganze mal vergleichen hier, dieses Hoch könnte das Low im Euro-US-Dollar unten sein. Die Zone zeige ich euch gleich auch nochmal. Merkt euch mal, hier oben haben wir eine Zone, ist relativ, ja, relativ kurz die Entfernung hier bis zu dieser Zone. Von dort aus könnte das Ganze dann nochmal reagieren. Das heißt, wo könnte der Chart jetzt, wenn wir jetzt nur aus der wöchentlichen Perspektive hier gehen, wo könnte das Ganze hier jetzt hingehen? Normalerweise würde ich jetzt eigentlich sagen, okay, das könnte, wenn wir jetzt nur nach den Candles hier gehen, einfach noch weiter Richtung Long unterwegs sein. Wir müssen natürlich gleich den kleineren Timeframe uns das auch nochmal angucken. Aber generell brauchen wir natürlich nach so einem enormen Push Richtung Long auch mal wieder eine kleine Korrektur, um dann weiterhin wieder Richtung Long zu gehen. Das heißt, wenn wir jetzt vom Weekly Chart jetzt direkt mal wechseln rüber zum Tageschart, dann erkennen wir im Tageschart eigentlich dieselbe Struktur, wie wir sie auch im Euro-US-Dollar gerade erkannt haben. Und zwar hier sind momentan mehrere Candles, Doji-Candles, die uns zeigen, okay, da ist momentan so eine Indecision. Die Leute wissen gerade nicht, wo es hingeht mit dem Euro-US-Dollar, beziehungsweise mit dem DXY in diesem Fall jetzt hier. Die Leute wissen nicht, wo es hingeht mit dem Chart. Wo geht die Reise hin? Das heißt, von dort aus könnte jetzt eine Korrektur stattfinden Richtung Short. Ja, wohin Richtung Short? Im Endeffekt genau dasselbe wie halt beim Euro-US-Dollar gerade Richtung Long könnte das hier diese Korrektur sein, um dann nochmal das Hoch hier oben anzutesten. Das heißt, dieser Move hier wäre mein Plan für den DXY hier im Tageschart. Das heißt, das würde ich jetzt so anpeilen. Natürlich können wir uns nur darauf verlassen, indem wir darauf achten, wie sich der DXY dann im Endeffekt verhält. Wir können, wie gesagt, nicht in die Zukunft schauen. Wir können nur anhand von Statistiken und Analysen hier vorgehen. Das heißt, wenn ihr jetzt das Ganze mal wieder spiegelt auf den Euro-US-Dollar, wir wechseln nochmal rüber zum Euro-US-Dollar zu diesem Tageschart, dann erkennt ihr hier schon, diese kleine Korrektur könnte also hier genau diese Zone sein für unser M-Pattern, damit wir danach weiter Richtung Short gehen. Und wenn wir hier auch im Tageschart gucken, hier unten, diese Zone ist ungefähr so weit weg, wie dann beim DXY das Hoch. Wenn ihr das Ganze hier nochmal vergleicht, guckt im Video, scrollt ein Stück zurück, da seht ihr, dieses Low hier unten ist im DXY das Hoch oben. Das heißt, das passt auf jeden Fall hier perfekt zusammen. Und genau deswegen gucken wir uns den DXY immer zum Euro-US-Dollar, beziehungsweise zu den US-Dollar-Paaren immer den DXY im Fokus haben. Wir müssen die miteinander vergleichen. Wenn ihr aber gar nicht wisst, wovon ich hier rede und ihr wollt das Ganze lernen und ihr wollt wissen, okay, wie kann ich denn jetzt hier die Einstiege finden? Weil einfach da jetzt einen Long-Trade aufzumachen, würde ich jetzt an eurer Stelle auch nicht machen, weil das Ganze ist in einem Downtrend. Euro-US-Dollar momentan Richtung Short unterwegs. Ich würde halt auf die Korrektur warten, beziehungsweise dann oben in der Zone. Wie wir dann da die Einstiege finden und so weiter, das besprechen wir alles komplett bei uns in den VIP-Trading-Members. Das heißt, wenn ihr was lernen wollt, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu unserer VIP-Trading-Members-Gruppe, wie schon gesagt. Dort lernen wir, wir machen Webinare, wir machen Live-Sculping jeden Tag. Schön die New York-Session und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall machen. Das ist nämlich kostenlos und ihr werdet in Zukunft hier nichts mehr verpassen. Ich halte euch immer auf den Laufenden und liken und kommentieren des Videos nicht vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.